Inatec Tastaturhülle Bei der nächsten Verwendung kann die Hintergrundbeleuchtung in dem Zustand bleiben, in dem sie vor dem Ausschalten war. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie Leuchtende Glühbirne zum Einstellen, bis die Hintergrundbeleuchtung erlischt. Schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt aus.